Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Snapshot-Vorstellung, denn der Snapshot, das ist ein Killerhase hinter mir, nein, der hat nur so rote Augen, denn der Snapshot 21w44a ist gestern rausgekommen und heute zeige ich mal, was da in der Zwischenzeit dazugekommen ist. Vielleicht könnt ihr euch an den letzten Snapshot in der 21w43a und dort hatten wir gesehen, dass wenn wir eine alte Welt updaten, dass ebenfalls jetzt der Deepslate-Bereich unten drunter geklatscht wird und damals waren noch keine Höhlen da, jetzt sind sie da. Aber da gibt es noch einen kleinen Bug, die Bedrock-Schicht wird nicht mitgeneriert und das Deepslate ist nicht Deepslate, sondern Stein, aber neue Caves, die praktisch in den neuen Chunks sind, die würden unter die alten mit drunter generiert werden, also es ist ein nahtloser Übergang, ihr seht dort keine Wanden mehr, manche durch einen neuen Chunk würde einen alten reingehen in eine Cave, da ist dann keine glatte Wand, sondern die Cave geht weiter und geht da runter und das ist eigentlich sehr, sehr nice, man wird also irgendwann nicht mehr so einen großen Unterschied merken, was ein alter und was ein neuer Chunk ist, ist schon mal nett. Gut, wie die Biome aneinander grenzen dann, wenn alte und neue Chunks generiert sind, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein kleines bisschen angepasst worden, aber das habe ich euch ebenfalls schon im letzten Mal gezeigt, deswegen gucken wir uns ein paar neue Sachen an, die in diesem Snapshot besonders sind und zwar es gibt eine neue Option, das geht außerhalb vom Spiel, wenn ihr in Optionen reindrückt, dann findet ihr jetzt hier oben rechts einmal Online, die Online-Optionen und dort kann man verschiedene Sachen ein- und ausschalten, Realms Notifications auf An oder Off oder Allow Server Listings auf On, also manche Server zeigen Spieler manchmal an, als Teil ihres Public Status, also beispielsweise, wenn ich jetzt eine Multiplayer-Liste reingehe, dann steht hier irgendwas drauf wie, keine Ahnung, der und der spielt gerade so als Nachricht und so weiter und so fort oder generell ist es auch abrufbar über Webseiten gewesen und das kann man jetzt deaktivieren, sofern man das möchte, denn es gab anscheinend irgendwie mal Probleme, dass irgendwelche bekannten Leute, aka auch YouTuber oder sonst was, auf Servern waren, der Status wurde angezeigt, dann konnten Leute irgendwie wieder herjoinen, vielleicht waren es auch Public Server, ich weiß ja genau, nur um die zu treuen die ganze Zeit und irgendwie ist das jetzt hier mit drin. Public Server Listings auf Off und dann wird man nicht mehr angezeigt, wenn man auf dem Server ist, im Public Server Status, also wenn man Tab drückt, ne, eine Liste ist mal drin auf dem Server, aber das ist nur zum Hinblick nach außen, ist ein bisschen komplizierter, aber eine neue Option, wer es möchte, ja. Außer wenn man einem Server beigetreten ist, hatte ich gesehen, dann steht hier auch noch die Server Difficulty in einem weiteren Feld, ob der auf Easy, Medium oder Hard ist und dann kann man das irgendwie machen, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie ich überhaupt das Menü reinkomme, wenn ich auf einem, ähm, bereits in der Welt drin bin, wahrscheinlich geht das nur auf dem Multiplayer Server, im Singleplayer müsste der Button hier dann wohl gar nicht angezeigt werden, weil hier oben ja normalerweise die Schwierigkeitsstufe steht, aber im Singleplayer kann man die ja selbst sowieso sehen und im Multiplayer steht hier Online und dann steht hier die Schwierigkeitsstufe als Ersatz praktisch drin, so dass man das auch nochmal nachgucken kann, jo. Dann als nächstes eine kleine Änderung, wenn man auf dem Server, es gibt ja, äh, Quatsch, wenn man Minecraft ist, es gibt ein Advancement, wo man alle Biome abklappern muss, um das zu kriegen, nämlich Adventuring Time und, äh, es sind jetzt alle neun Biome dazu gekommen, die müssen auch abgeklappert werden, die Jack Peaks und alles mögliche, ist ja klar, aber es gibt auch einige alte Biome, die vorher so selten waren, dass sie nicht inkludiert waren, die müssen jetzt ebenfalls abgehakt werden, auch das, äh, wie ist es nochmal, da bin ich mir gar nicht sicher, war auch Jungle Edge dabei, das wurde ja oben benannt, ich geh mal die Liste durch, Deep Ocean, Dripstone Caves, Eroded Badlands, Flower Forest, Frozen Peaks, Frozen Ocean, Grove, Ice Spikes, Jack Peaks, Lush Caves, also auch die unterirdischen, äh, die neuen Caves und sowas in der Art sind da nochmal drin, was haben wir noch, äh, Meadow Ocean, Old Growth Birch Forest, Old Growth Spruce Tiger, Snowy Slopes, Stony Peaks, Sunflower Plains, Windswept Gravelly Hills und Windswept Savanna, so, und, äh, ja, dann, äh, viel Spaß, Jungle Edge ist nicht mehr drin, aber das wurde auch oben benannt, das war irgendwie Sparse Jungle oder sowas, bin ich mir mal nicht sicher, ich hab's ja auf der Liste gesehen, ähm, kann sein, dass es immer noch nicht dazu zählt, weil es jedenfalls auch ein bisschen selten ist. Joa, und ansonsten gibt's noch einen Big Change, der, äh, aber auch interessant ist, und zwar, ihr kennt das vielleicht auf dem, auf Multiplayer-Servern generell, mit dem Wetter hat man Schwierigkeiten, das kennen wir unter anderem auch von Craft Attack, dass es ständig nicht gewittern will, dass es Ewigkeiten nicht gewittert, und das liegt daran, dass wenn ein Spieler sich ins Bett legt, normalerweise immer der Wetterzyklus resettet wurde. Also, gehst irgendwie pennen und, äh, ne, dann regnet es den ganzen nächsten Tag, wenn du jede Nacht pennen gehst, dann wirst du, wird es eigentlich nicht regnen, und das ist, äh, nicht gut gewesen. Ab sofort wird dieser Wetterzyklus nur noch resettet, wenn der Spieler schläft, während es auch wirklich regnet, oder gewittert oder sowas. Wenn es das nicht tut, dann wird der Wetterzyklus auch nicht mehr resettet, das heißt, man hat also etwas häufiger auch mal Regen oder Gewitter, wenn man es braucht, das ist besonders ganz gut, wenn man beispielsweise einen Cauldron füllen möchte, dafür muss es ja schneien, aber wenn auf dem Server die ganze Zeit die Spieler immer pennen, dann wird es ja niemals regnen, in diesem Sinne, und dann hat man auch nichts von seinem Puderschnee. Okay, deswegen gibt es da eine kleine Änderung, sondern gibt es eigentlich Amor-Stands bei den, ich bin da gar nicht, okay, bei den Tiger-Villages gibt es anscheinend auch Amor-Stands dabei beim Blast-Firmen, das weißt du, da kannst du ja direkt hingehen und die, und die Eisnürsten holen, weil das zählt als Schmiede oder was, und da kannst du ja weisen, okay, auch nicht schlecht, wer wusste das noch nicht, einzelne Chat, Kommentare oder sowas, oder? Wir sind gar nicht live. Und dann gibt es noch eine Änderung zur Simulation-Distance, könnt ihr seit Neuestem einstellen, in Options, Video-Settings war das, und dann könnt ihr die Render-Distance und die Simulation-Distance unterschiedlich einstellen, die Simulation, das habe ich auch schon früher in Snapchat gezeigt, es zeigt praktisch an, ab wann eine Entity simuliert wird, also wenn ich beispielsweise jetzt hier ein Schwein hinten stehen habe, also ich würde es jetzt hier nicht sehen, und die Simulation-Distance ist niedrig, dann wird das stillstehen und keine Ressourcen-Energie verbrauchen, und die Simulation kann man dann auch wieder in der Render-Distance anpassen, das war früher alles eine Option. Das gilt jetzt auch für Blöcke und Flüssigkeiten, das heißt auch der Wasserfall dort hinten würde keine Leistung mehr ziehen, wenn beispielsweise, oder auch Blöcke, wenn irgendwas, keine Ahnung, verschoben wird, oder sowas in den Dreh, dann würde das keine Leistung mehr ziehen, wenn es außerhalb der Simulation-Distance ist, und ja, ist vielleicht auch noch eine Sache, die man bedenken sollte, Red Zone geht anscheinend noch durch, hatten wir das letzte Mal auch gehabt, wobei ich mir nicht ganz sicher gerade bin, mal gucken. Würde ich nochmal einen Rutsch drüber gehen, wenn die ganzen kleinen Mini-Changes, was die Render-Distance und Emulation-Distance betrifft, vorbei sind, weil ich kann nicht mal ein Video machen, wo ich das generell erkläre. Und noch was optimiert, und zwar Kollisionen, wenn ganz viele Wasser auf einem Fleck sind, vielleicht kennt ihr das, in Minecraft, wenn ihr 10 Millionen Kühe habt, auf einem Spot, die alle gegenseitig aneinander drücken, dass es dann zu Lags kommt, das liegt daran, weil diese ganzen Kollisionen von den Kühen, die müssen ja irgendwie berechnet werden, welche Kuh an welche stößt, welche Kuh welche zur Seite schiebt und sowas, und das wurde optimiert, sollte jetzt ebenfalls weniger Leistung ziehen. Ansonsten wäre noch erwähnenswert, dass Füchse bisher nicht auf Pot-Soul oder Core-Stirt spawnen konnten, und weil die Giant Spruce Tigers, weiß nicht, ob wir in der Nähe haben, ich glaube gerade nicht, da ziemlich viel Pot-Soul ist, gab es da weniger Füchse, und im Klartext heißt das, wenn ihr jetzt irgendwo Gegend habt mit Pot-Soul, kann es sein, dass dort mehr Füchse wieder auftreten. Was geht eigentlich immer ab mit diesen absolut kranken Caves? Okay, Leute, ansonsten noch was aus der früheren Snapshot-Version, Wither-Skelette konnten nur auf Nether-Bricks spawnen, können jetzt wieder auf anderen Blöcken ebenfalls spawnen, in ihrem Bereich einer Nether-Festung eben, und ja, ich würde sagen, das fasst ganz gut zusammen, sonst waren noch mal kleine Bug-Fixes, wenn es wie immer was Neues gibt, erfahrt ihr das auf diesem Kanal, ich halte euch auf dem Laufenden, auch zur neuesten 1.9. Version, sofern ihr irgendwann kommen sollte, mit dem Warden und viel mehr, ich freue mich schon drauf. Ja, demnächst geht als großes Projekt erstmal los, Craft-Attack, by the way, unten scheint gerade Saving World, das war auch neu. Als nächstes geht erstmal los mit Craft-Attack am Wochenende, ebenfalls gehypt, sind wieder komplett reingetaucht, ich mache jetzt schon die ersten Folgen vor, ja, alles Programm. Leute, bis nach demnächst, lass gehen und ciao, ciao.